nach falsch kommt schnell warum wir so eine lange sammelfase hatten und der markt jetzt so dynamisch wird und wie du das hast traden können und wie ich das ganze erklärt habe alles in diesem video warum ist der markt aus dieser langen sammelfase und aus der ganzen sammelfase hier vorher schon raus beziehungsweise warum sind wir da raus und wie hätten wir das ganze erkennen können wir dafür schauen wir uns einmal an was denn hier genau passiert ist und wie wir das ganze hätten traden können also erstmal wir sehen wir machen kurz noch ein bisschen platz werden schönes tief mit schön frontpushing der markt wird schön hoch gedrückt und dann gehen wir wieder in die richtung und wir sehen wir sind ein stückchen höher hier x mal abgeprallt die ganze zeit und wo ist jetzt unsere anomalie wie wir das hätten erkennen können hier ihr seht es dass hier ein massiver stop run passiert ist das heißt außen nichts kam ein stop run ihr seht hier die vier ticks das wurde alles quasi zu einer sekunde ausgeführt und was passiert danach boom sammelfase 10.000 kontrakte extrem positives delta das heißt der markt machte dynamische bewegen unerwartet in diesem bereich und danach algos werden getriggert und es kommt einfach masse rein und das ist unser trigger dass wir wissen okay da ist jetzt etwas interessantes passiert von hier aus kann der markt jetzt weiter long gehen oder weiter short gehen wir müssen nur noch warten dass der markt uns ein hint gibt und dann können wir traden was passiert nach dieser sammelfase nehmen wir die imbalanzen raus der markt läuft stück hoch wir kommen aber nicht über das vor kerzen hoch und auch nicht diesen high volume bereich das heißt der markt hat es versucht es kommen am obersten top viele verkäufer rein wir haben eine starke unfinished auction und der markt läuft hier trotzdem nicht weiter sondern korrigiert dann pullback auf diesen bereich wir versuchen es nochmals klappt wieder nicht und der markt dreht wieder und diese konstellation aus diesen drei zusammenhängenden kerzen sammelfase dynamik pullback und dann geht es weiter das ist ein setup was wir sehr sehr oft im live trading rum train und genau diese konstellation aus diesen vier kerzen also dynamik und dann dass das gerietestet wird entweder läuft dann in dieser rotation weiter oder dreht ist genau das setup was wir tausendmal haben und dann gehen wir einfach entweder hier rein hier rein also wir gehen direkt mit dem dynamik low volume markt wird ein bisschen dynamischer es kommen mehr verkäufe rein wir gehen unter diesen bereich rein wir können hier unten den high volume breakout machen high delta breakout wir können hier reingehen natürlich wenn wir desto weiter unten wir reingehen ist man die gefahr dass wir ein stück korrigieren bevor es weiter runter geht aber genau das ist der trade den wir machen wollen alternativ sehen wir es hier nochmal der markt hat diesen bereich stark abgelehnt wir gehen durch wir gehen nochmal durch wir retesten das ganze gehen nochmal durch schöner pullback für ein continuation das heißt viele viele setups hintereinander und das ganze hat sich abgezeichnet dass es passiert das heißt um sowas traden zu können braucht ihr nur zwei sachen ihr braucht imbalancen oder ihr braucht ein high volume high delta filter ist in meinem template mit drin das heißt wenn ihr mein atlas template habt das aktuelle könnt ihr einfach runterladen unter jedem video ist dort ja ein high volume high delta filter drin das heißt ihr bekommt genau zu diesen stellen hier alerts und müsst dann nur noch schauen dass das setup sich danach entwickelt das heißt ihr seid früh genug am pc kriegt das ganze früh genug mit und könnt das ganze so traden und so kann man diese dynamik changes die delta changes die volumen changes ganz leicht finden dass man passend am pc ist und muss dann noch die zwei drei rotations abwarten bis der markt anläuft und diese setups traden wir immer und immer und immer wieder im live trading und wenn ihr das ganze live sehen wollt kommt man auch von patreon live trading um blick ist der video beschreibung wir haben in drei jahren aus 10.000 euro über 900.000 euro mittlerweile gemacht wir wollen die eine million euro noch gegen ende des jahres knacken und dann haben wir genau so ein setup heute erst wieder im live trading um 15.30 getradet und wir trainen das ganz natürlich auch heute abend um 21 Uhr also wenn ihr dabei sein wollt link zum patreon live trading um ist unten in der video beschreibung macht's gut bis dann